Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Settlement Survival hier aus die GameStudio. Mein Name ist Master Schröder und meine Bürger haben keine Kleidung. Hier liegt Kleidung drin, 50 mal und auch 200 mal Wolle, wo ich dann immerhin noch 20 Kleidung rauskriege. Ne, Moment, das war anders, das war 5 zu 10, ne, das Verhältnis. Kann ich übrigens auch wieder einstellen hier, weil wir gerade kein Heu haben. Die 10 Wolle zu 5 Kleidung, ah, dann kriegen wir 20 mal, 5 kriegen wir 100 Kleidung raus. Okay, das müsste gehen. Wir machen jetzt hier aber auch gerade noch Produktion von Schilf, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Wir brauchen jetzt ganz dringend den Supermarkt. Das ist quasi genau das, was wir jetzt brauchen und das müssen wir hinbekommen. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich hier in der Schule die Punkte dazu bekommen, damit wir hier Entwicklungsfortschritt haben und generell Fortschritt haben, damit wir an den Supermarkt kommen, denn, ähm, wo war denn der Supermarkt? Handel, ne? Genau. Denn der erlaubt es mir, ähm, indem du regelmäßig Waren für Silbermünzen verkaufen kannst. Das heißt, da kann ich mir die Silbermünzen herholen, die ich brauche, um dann mir neue Früchte zu erkaufen, um mir Tiere zu erkaufen, die hier schön auf der Weide dann was machen können. Da müssen wir hinkommen. So, das Rathaus befindet sich momentan auch im Bau. Da brauche ich noch ein paar Steine dafür. Ich sollte doch mal irgendwo einen Steinbruch machen. Äh, aber hier oben haben wir noch ein paar Steine. Die kann ich dann erstmal wegholen lassen. Upsala. So, groß machen. Ähm, und, ja, momentan ist es halt wirklich so, dass ich zu wenig Leute habe. Ich habe halt eben auch jede Menge Leute in der Nahrungsmittelindustrie, damit ich relativ viel Nahrung bekomme, wenn meine Leute nicht verhungern, beziehungsweise weil ich sie halt verkaufen wollte. Und da ist hier natürlich sehr viel Material im Lager gelandet. Ähm, welches da jetzt wieder raus kann? Auch mitunter Steine. Ähm, ich will jetzt hier erstmal nichts weiter lagern. Es führt aber dazu, dass wahrscheinlich hier unsere Lager alle, na, obwohl das mit 27 Prozent, da ist schon ordentlich was rausgekommen. Ähm, wir haben auch nicht so wirklich Bauarbeiter und ähnliches. Also an Leuten mangelt es mir an allen Ecken und Enden. Ich werde hier mal mit dem Schliff noch einen rausnehmen. So viel Schliff brauche ich jetzt gerade nicht. Und werde den mal hier nochmal in den Baum mit rein. Einige Bewohner sind durstig. Wieso? Wir haben noch einen Brunnen, da arbeitet auch noch einer. Und wir haben doch, wir haben doch auch genügend Wasser. Wie durstig muss hier wirklich keiner sein. Na gut. Ähm, was ist das hier unten? Einwanderer sind angekommen. Ja, aber die, ja, wie gesagt, das Rathaus muss erst stehen. Die Stadt entwickelt sich gut. Wir sollten dann zum Rathaus gehen, um zu sehen, ob wir aufgenommen werden. Ah, die sind hier angekommen. Okay, ja. Wir müssen unbedingt das Rathaus weiterbauen. 114 Steine haben wir. Also ich brauche jetzt Leute. Ganz dringend brauche ich Leute. Ich weiß auch nicht, wo ich die zweite Saat mit mir hergekriegt habe. So, dass ich jetzt die Erbsen machen kann. Wir werden auch ein Feld Chili, ein Feld Erbsen dann machen. Und ich denke mal, das dritte Feld werden wir einfach dann wieder sein lassen. Obwohl, na gut, drei Mann da jetzt so dauerhaft drin haben. Das ist ja nicht wirklich wieder schlimm. 110 Äpfel haben wir hier schon hergekriegt. Die haben wir auch schon diejenigen Äpfel hergekriegt. Ich denke mal, die Apfelplantage hier vorne kann ich noch wieder wegmachen. Ja, was kann ich da sonst noch bauen, ne? Allzu viel wird es nicht sein. Lass uns mal gucken, was denn hier so noch hinpasst. Vielleicht kann man da was Schönes bauen nochmal irgendwie. Okay, ähm, vielleicht auch noch eine Sandgrube oder ähnliches, damit man Lehm und Sand kommt. Wenn wir beides haben, momentan mache ich hier ein Lehm. Aber es ist auch schon ein gut Leben da. Dass ich müsste dann auch mal eine Ziegelei bauen. Wo sind denn die jetzt angekommen hier? Die stehen hier, aber da ist eine Sprechblase. Hm, es geht nicht weiter. So, Eisen jetzt ist schon genügend da. Jetzt brauchen wir wirklich bloß nur die Steine. Das sind hier oben welche am Steine klopfen. Warte, wo hole ich es weg? Da? Ne, ist doch keiner da. Hm, hm, hm. Aber lass ich jetzt auch nicht da rausholen, ne? Weil hier liegt ja nur wirklich drinnen die Steine. Dass die nicht einfach da hingehen und das da rausholen, das finde ich schon schade. Ich meine, der bringt das ja jetzt natürlich hier schön fleißig immer hier auf den Marktplatz. Oder auf das Lager. Ich könnte hier ein Lager hinmachen wahrscheinlich. Da, wo jetzt die Äpfel sind. Oh, guck mal, da steht so eine Äpfelschale-Kiste. Weil ich denke mal, die Äpfel, die er hier herstellt, sind abwechselnd genügend. Auch auf Zeit gesehen. Äh, die werden so schnell nicht weggehen. Obwohl, der hat oft nur Fisch zu Hause. Ein paar Zwiebeln. Nur ein bisschen Fisch. Oh, schön, Zwiebeln, Fisch, Pilze. Ich habe heute übrigens... Achso, kann ich mal kurz erzählen. Ich war heute gerade eh über Essen reden. Fast das ja fast. Ähm, ich hab lecker... Oder ich war einkaufen und hab mir überlegt so, Ja, was könntest du dir ein schönes Leckeres machen? Damit du was Leckere zu essen hast du am Wochenende. Äh, ich hab mich erstmal dazu entschieden, dass ich, äh, eine Suppe irgendwie machen werde morgen. Am Samstag mit Brötchen dazu. Schleppen die die Äpfel von da hinten hier rum. Da hat die grünen Äpfel in der Hand. So, mit Äpfel und 16 mal Holz. Oh ja, da hat sie auch nicht so stark tragen. Ich will den Stein hier rausholen. Warte mal, kann ich... Warte mal, ich werd mir jetzt nochmal ganz kurz... Die Leute alle hier rein, damit die da rausschleppen wie die Verrückten mit mehreren Kahn. Damit das Material da rausgeht. Erstens, damit auch die Kleidung rausgeht. Damit der Fisch rausgeht. Gut, wenn der Fisch draußen ist, dann produzieren die hier ja wahrscheinlich nix mehr, ne? Weil das Lager mit Fisch voll sein wird. Was schmeißen die da eigentlich? Was ist das hier alles? Der Fisch, ne? Ja, ich hab tausendmal Fisch im Lager. Dann machen die doch hier gar nichts mehr. Achso, da arbeitet schon gar keiner mehr. So, ähm... Das müsste eigentlich dann auch reichen, ne? Der Lehm, der da drin ist. Jetzt haben wir schon Lehm rausgetragen. Mir wäre ja lieb, wenn die Steine raustragen, damit ich den... Also, hier keinen mehr drinne habe. Dann muss ich hier wirklich nur einen reinsetzen, wenn ich wirklich wieder Sachen einkaufe. Und sie dann meiner Bevölkerung zur Verfügung stellen möchte. So, jetzt sind gleich die ganzen Bretter raus. Sehr gut, dann arbeitet der auch nicht mehr. Aber da ist auch gar keiner zugewiesen. Okay. Ja, oh, hier werden die ersten Erbsen geerntet. Also, die ersten eigenen Erbsen. 64 Erbsen haben wir schon. Ein Bürger ist verletzt, ein Neuentwicklungspunkt. Das ist wichtig. Wir brauchen den Supermarkt. Den möchte ich ganz gerne aktivieren. Ähm... Werner Handelsposten... Händler transportieren zugewiesene Gegenstände zum Handelsposten. Die Karawane trifft regelmäßig mit Geld ein und kauft deine Waren. Da brauche ich aber schon zehn Seile für. Na, macht ja nichts. So, wir bauen jetzt einen Supermarkt. Der ist ja recht handlich, klein, süß, niedlich. Müsste eigentlich in der Nähe vom Lager sein, ne? Damit das nicht ganz so weit hin- und hergetragen werden muss. Ja, da sitzen wir hier. Können wir das da drauf passen? Wahrscheinlich nicht. Ach, kommt. Kommt hier schön der Marktplatz. Oder der Supermarkt kommt hier hinten am... Obwohl, da habe ich den Supermarkt. Mache ich den hier an der Küche? Aber da ist da gar kein Platz mehr. Sind wir aber den hier am Acker dran. Oh, da sind wir auch ziemlich nah an dem Holzfäller. Hier. Komm, dann kommt er hier auf der Seite hin. So. Und der kriegt Priorität. Also da müsst ihr jetzt unbedingt Holz- und Eisernherz hinschleppen. Ich denke mal, Holz- und Eisernherz wird er genügend haben. So, jetzt müsste langsam auch immer die Kleidung rauskommen. Hoffentlich zumindest. Ich weiß noch nicht, wie viele Leute ich im Supermarkt brauche. Aber das will man sehen. Da muss man wahrscheinlich auch einen einstellen, den die Mahnden dahin bringt. Dass die da eingelagert sind und dass ich dann da einmal verkaufen kann. Damit ich dann an Silbermünzung komme. So, ist hier einer zugeteilt? Nein. Gibt es eigentlich irgendwo. Ne, gibt es keine Arbeitslosen. Aber es gibt fünf Schüler immer noch und 21. Die müssten auch schnell mal was hin. Und jetzt haben wir hier hoffentlich genügend Steine. Immer noch nicht. Mann, mir fehlen sechs Steine. Hier liegen 100 Steine drinnen rum. Die holt da keiner raus. Die Werkzeuge haben sich schon rausgeschleppt. Bisschen Lehm. Jetzt müssen sie mit Steinen raus. Sehr gut. Gut, wenn ihr da jetzt die Steine rausgenommen habt, dann ist sie jetzt aber auch wieder bauen angesagt. Das ist eine Zeit für die Herbsternte. Ja. Oh, das ist aber wirklich. Monat 8, ja, 4. Und Monat 9 haben wir jetzt, September. Wenn wir jetzt den ganzen September pflücken, dann müsste ich wahrscheinlich doch noch ein oder zwei mehr dazu weisen. Aber gut. 72, immer schon über 100. Auch über 100. Also Erbsen kriegen wir auf jeden Fall jede Menge raus. Das wird uns ordentlich ins Lager verstopfen. Aber das macht erstmal nichts. Das tut dir keinem weh. So, und der transportiert hier fleißig weiter raus. Und die haben hier hoffentlich jetzt die Steine dran hängen. Die transportieren jetzt erstmal hier, ne? Wird gespeichert. Sehr gut. 10 Minuten. Dann 1% ist schon da. Also jetzt wird hier auch dran gearbeitet. Kann ich irgendwo noch Leute abziehen, die ich jetzt erstmal so nicht bräuchte. So, warte mal, wir nehmen dich mal noch mit in den Baum mit rein. Und ich nehme dich mal noch mit in den Baum mit rein. So, damit wir erstmal wieder mit Vollgas bauen hier. Damit die beiden Bauprojekte erstmal fertig sind. Dann werde ich hier hinten auf jeden Fall mal die Straße fertig machen. So. Okay, so. Also 14 mal Eisenärztin schon geliefert. Und 17 mal Holz sind jetzt auch schon geliefert. Da passt was. Da passiert auch was. Unsere Lager sind gar nicht so voll. Hat man da irgendwo eine komplette Lagerübersicht? Statistik. Lagerübersicht. Sölle Bestände. Ah ja, da habe ich direkt ein Bestände, aber ich sehe jetzt nicht, welches Lager was hat. Saat und Vieh. Okay, also wir haben Apfel, Erbsen und Chili bis jetzt. Feldfrüchte gibt es wesentlich mehrere Tiere, haben wir auch noch keine. Laubhausen haben wir auch noch keine. Da weiß ich auch noch nicht, was das ist. Aber ich denke mal, das sind dann besondere Sachen. So, jetzt haben wir da nochmal 10 Steine mitgekriegt und hier wird das Rathaus jetzt fertig gebaut. Das heißt, wenn wir Glück haben, können wir diese ganzen Leute hier noch rekrutieren und dann in unsere Gemeinschaft mit einbauen. Du bist an der Obergrenze deiner Produktion angelangt. Dann gehst du da mal raus und gehst mal hier rein. Denn jetzt sollte langsam aber sicher die Wolle da rauskommen von Schafen. Von Schafen. Wolle ist genau das Gleiche. Dann kannst du da wahrscheinlich Textilien machen. Wenn das hier fertig ist und das hier fertig ist, dann werde ich die Leute, die im Bau sind, aufteilen auf die Felder, dass da jedes Feld noch einen dazu bekommt. Kann ich hier noch einen, da kann ich auch noch einen in der Reparaturwerkstatt stecken. Da müssen wir auch drauf achten, dass unsere Häuser nicht einfach so verfallen. Und wenn ich den hier habe, dann könnte es, dann könnten wir den wirtschaftlichen Aufschwung erleiden. Oder beziehungsweise hinbekommen. Zu langsam aber sicher. Goodie. Wie sieht es aus hier? 68. Da wird gehämmert. Hier wird auch schon fleißig gehämmert. Sehr gut. So, die haben alle keine Leute gerade drin. Wir müssen mal gucken, wie viel Vorrat haben wir noch. 46. Da haben wir noch 70. Und am Leben haben wir 125 gerade. Dann müssen wir dann den Brennofen als nächstes machen, damit wir dann... Haben wir das sogar schon? Arbeiterbrennstoffwerkstatt? Nee. Effiziente Produktion heute ist immer okay. Gleiche Funktion wie das Sägewerk, hat aber eine höhere Effizienz-Wasser-Sägewerk. Hat hier ein Wasser-Sägewerk gebaut? Nein. Wieso nicht? Könnte ich das da noch nicht bauen? Das sieht ja wirklich gut aus. Was könnte ich ja denn hier hinsetzen, oder? Das müsste doch hier hinpassen, wenn ich den... Okay. Also hier machen wir jetzt so hier. Bäume fällen. Die kommen weg hier. Und dann kommt das Ding hier weg. Der ganze Acker. Warte, Pause. Nee. So, hier kommen die Bäume weg. Der Acker wird aufgelöst. So. Jetzt gehen die da weiter. Kommt, Jungs. Bitte macht das Rathaus fertig. Prost. Rathaus fertig. So, wir haben das City-Center gebaut. Stadtbeamte automatisch zuweisen. Jedes Mal 5000 Münzen. Okay. Zentral geworden der Stadteinwanderer aufgenommen. Können Bürgermeister eingesch... Bürgermeister eingesch... Einwanderungsgenehmigung bestätigen. Derzeit sind keine Anwanderer zu Besuch. Sind die echt rausgewandert hier? Das Rathaus ist genau den Tekken zu wenig. Keine Ahnung. Weiß nicht. Ich sehe die jetzt sowieso nicht hier. Also ich sehe da niemanden. Aber gut, okay. Na gut. Also wir haben jetzt das Rathaus zumindest. So. Zwei Efrian. Einer hat sich einen Knochen gebrochen. 34 haben keine Kleidung. Aber die Wolle kommt jetzt langsam raus. Das heißt, der müsste jetzt eigentlich hier langsam... Was ich dann auch anfangen kann zu produzieren. Fünf Strohschuhe hat er im letzten Jahr produziert. Das ist auch gut. So. Und jetzt haben wir hier den. Gegenstände zu verkaufen. Genau. Und da wollte ich jetzt so Chilischoten. Und zwar wollte ich da ganz gerne... 500 Chilischoten das mal... Da reinlagern. Ich muss dann hier... Warte mal. Ich lasse ich da. Hier werden wir... Minus, 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 Minus. Wir haben gerade keinen Bau aktiv. Dann machen wir hier Plus. Dann machen wir hier... Plus. Plus. Damit die das noch schnell abernten können. Bevor das hier erfriert. Und hier machen wir auch Plus. So. Dann ist Franzis da. Und wenn die 500 Sachen da sind... Dann könnte ich anscheinend das hier dann verkaufen. Oder so. Keine Ahnung. Ich würde auch... 500 Fische dann... Da war ich... 500 Fische würde ich mit rübernehmen. Hinzufügen. Event Benachrichtigung. Alle Lagerhäuser sind voll. Ja. Davon bin ich fast ausgegangen, dass uns das jetzt demnächst passiert. Und ich würde gerne auch 50 Bretter verkaufen. Laternen nicht. Nee, 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 nee. Nee. Okay. Keine Ahnung, was ich dafür kriege hier. Aber das werden wir dann sehen, wenn es hier im Supermarkt ist. Und ob das jetzt auf Zeit verkauft wird oder so, weiß ich ja auch nicht. Gut. Okay, die Felder sind... Ja, sind jetzt leer. Gut, die sind jetzt weggefrostet. Dann kann ich jetzt den Winter einläuten. Dann werden wir jetzt hier erstmal... Eins, zwei, vier Leute einstellen. Damit die erstmal so da an die Sachen drankommen. Hier sind die Gegenstände alle raus. Du kannst also auch dort raus. Dann brauche ich hier Heizmaterial. Das geht ja jetzt dann langsam wieder unter die Kante. Na, noch ist es auf der Kante. Okay, dann lassen wir das erstmal. Dann machen wir hier einen zweiten rein. Dann Fische, weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. Habe ich aktuell noch 1000 im Lager. Ah, der Schmied hier. Der kann arbeiten. Aber hier noch alles Schönes. Wir haben Steinwerkzeug und wir haben auch Eisenwerkzeuge. Verbessert die Arbeitseffizienz. Ja, ich will mit dem Eisen sparsam sein. Muss ich sagen. So, habe ich jetzt noch... Äh, einen Arbeitslosen habe ich noch. So, die Lager sind alle voll. Das sollte sich aber dann... Wenn die hier einlagern, sollte das... ...ich eigentlich klären, das Problem. Ähm, den einen Arbeitslosen... ...stelle ich erstmal hier mit ein. So, die Schneiderei macht hier erstmal Material. Hat fünf grobe Kleidungen schon mal hergestellt. Ist hier die andere grobe Kleidung? Die müssen wir dann auch noch hier... Oder muss ich die in den Supermarkt bringen, dass sie da Zugriff drauf haben? Keine Ahnung. Oh. Gerade, dass jetzt Teile meiner Nahrungsmittel dort halt... ...wirklich weggekommen sind. Ja gut, sind 288... ...also ist das genügend geerntet worden eigentlich? Mal gucken. Also zwei Mann da drauf ist schon gar nicht so schlecht. Dann müssen wir da rechtzeitig... ...dann bei der Ernte müssen wir da zwei Mann drauf schicken. Gut. Äh, Werkzeuge. Ja, da lassen wir wieder bis 75 produzieren. Alle Lagerhäuser voll. Ja. Ähm... Brennstoff haben wir jetzt noch 209 Mal. Das heißt, da könnte ich eigentlich auch schon wieder Leute einstellen. Gut. Dann lass Brennstoff machen. Brauchen wir. Null Einwanderer haben ihre Ansiedlung aus der Stadt beantragt. Naja. Nicht so viele. So. Alle Lagerhäuser sind voll. So, jetzt kommt hier was an. So. Wie kriege ich jetzt die Silbermünzen da raus oder so? Keine Ahnung. Müssen die anderen Leute jetzt in den Supermarkt gehen? Unsere Menschen? Und holen sie sich das da kaufen? Oder wie? Haben die jetzt keinen Zugriff mehr aufs normale Lager? Absolut keine Ahnung. Überzeugte Verlagerung. Wenn es da so eine Projekte eingelagert hat, dann reaktiviert. Ich habe das gekauft, dann mal reaktiviert ausgelagert. Aha. Alles klar, okay. Das hätte man anklicken müssen, damit man die Wolle etwas besser rauskriegen. Gut. Also hier ist auf jeden Fall jetzt was drin. Aber ich sehe noch nicht die Stelle, wo ich das jetzt verkaufe. Oder ob da jetzt irgendwer ankommt und mir das abkauft. Werden wir sehen, wie es klappt, ne? So, wir haben jetzt... Gleiche, das ist schon mal gut. Ah ja, hier sind die Bäume gefällt worden. Das Peggy... Gehen wir raus da. Das Ding wird jetzt abgerissen. Okay, hätte ich auch so machen können. Alles klar, okay. Verstanden. So, Brennmaterial wird produziert. Klamotten sind 10 produziert worden. Was ist jetzt auch nicht? Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob das in den Marktplatz muss oder so. Aktuelles Jahr 100. Wir haben 100 Münzen gekriegt. Okay. Ich weiß aber nicht, ob meine Leute das hier von denen kaufen oder sonst irgendwas dergleichen. Wir müssten hier wahrscheinlich eine Umstellung machen. Nötig hier uns dafür über das Leben im Lagerhaus. Oder lagert er jetzt einmal 500 da rein? Nein, der hat ja immer wieder versucht, die 500 reinzukriegen, ne? Müssen wir mal gucken, was da passiert. 100 Bretter haben wir. Ah, das muss man beobachten jedenfalls. So, auf jeden Fall frieren ziemlich viele Leute. Das gefällt mir auch nicht. Weil eigentlich haben wir doch genug Heizmaterial. Naja. Gut. So, gut. Ein Radhaus haben wir leider genau die, keine Ahnung, Stunde zu spät gebaut. Naja, wir lernen. Wir lernen und wir lernen fleißig. Ich werde hier mal auf Chilischoten wieder umstellen. Dass hier Chilischoten drauf sind. Wenn wir dann nächstes Jahr wieder mit der Landwirtschaft anfangen und die ganzen Leute aus der Produktion überall herausziehen, damit sie dann Dinge tun können. Obwohl ich jetzt sagen würde, jetzt kann ich hier nochmal drei Stück rausholen. Das ist kein Problem. Man kann hier erstmal nochmal zwei hinzusitzen. Kann ich hier noch? Und Sammler dazu. Weil hier reicht einer aus, der das macht. Denke ich mal, das sollte nur fair sein. So, wie viel Schil fahren wir jetzt? 72 Gesamtreserven. Irgendwo ist das Schilf hingekommen. Okay. Oder er trägt gerade 18 ins Lager oder so. Ist da irgendwie die Differenz zu 90 passiert. Denn hier ist nichts eingelagert. Aber Klamotten werden gemacht. Schön. Gut. Aber wo meine, die Klamotten hingekommen sind, die ich eingekauft habe, das weiß ich jetzt auch nicht. Weil sie sind nirgendwo, in keinem Lager irgendwo zu finden. Und liegen wahrscheinlich jetzt hier irgendwo rum und da haben die Leute keinen Zugriff drauf oder so. Das finde ich natürlich jetzt auch ein bisschen schade. Gut, ähm, dann gibt es keine Klamotten im Lager, ne? Komisch. Sehr, sehr, sehr komisch. Das verstehe ich noch nicht ganz. Ich denke mal, die Leute, die auch frieren, die, ähm, sind auch welche, die gerade keine Kleidung haben. Es gibt ein paar Leute, die wahrscheinlich schon Schuhe tragen. Aber, naja. Die sind halt auch rar gesät. So, ich könnte hier hier eigentlich mal gucken, ob ich jetzt hier das Dings-Sägewerk hinkriege. Ähm, wo war denn das? Das war hier. Guck mal, das passt hier wunderbar rein. Zack. Ab dafür. Sehr schön. Dann kann das Sägewerk nämlich weichen hier. Dann kann ich da noch Lager, irgendwas hinmachen. Aber dann habe ich hier ein Wassersägewerk, was effizienter ist als das Standard-Sägewerk. Guti. Dann würde ich sagen, haben wir das erstmal soweit gemacht. Ähm, was brauche ich da für Baumaterialien? Ich brauche Stein, Holz, Eisenerz. Habe ich da. Das geht also wunderbar. Wir lernen auch fleißig. Irgendwie habe ich zwei Erwachsene verloren. Kann das sein? Kleiner Amy ist ja froh und es gibt keinen Grabstein. Ach, das ist ja natürlich jetzt schade. Ob ich den jetzt ja weniger läute? Vier von vier. Drei von drei. Ein, ein. Ach, hier beim Arzt sitzt keiner mehr drin. Okay. Das ist ja jetzt noch ungünstig, wenn die mir jetzt noch wegstehen. Aber das ist doch eigentlich gemütlich Material da. Ja, da liegt er hier auch schön zum Zugriff. Im Marktplatz. Weiß wirklich nicht, wo sie die Klamotten hingepackt haben, ne? Ach, wir haben keinen Bau. Hat auch nicht. Ei, 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 ei. Ich habe eindeutig zu wenig Leute. Der Fisch geht mir bestimmt doch bald aus. Na gut, dann muss ich jetzt hier wieder zwei rausholen. Und muss dann mal hier in die Bauwerkstatt. Mal Leute einstellen, damit die da arbeiten können. Das ist eine Folge von dem, dass die Klamotten nicht da sind. Aber ich habe doch 50 Klamotten, ich weiß nicht, wo sie liegen gelagert haben. Die sind einfach weg. Keinem Lager zu finden. Das wäre natürlich richtig fatal, wenn ich 30 Klamotten oder nicht 50 Klamotten jetzt gekauft habe. Und die sind einfach weg. Weil die hier ausgelagert wurden, aber dann nicht mehr sichtbar sind. Das wäre ja richtig blöd. Aber hier könnte eine Kiste mit Klamotten stehen, ne? Wenn ich näher ran zoomen hier. Das könnte eine Kiste mit Klamotten sein. Bin mir nicht sicher. Ich hoffe mal, dass die irgendwann im Lager ankommen. Aber, naja. So. Gut. Dieses Jahr haben wir auch schon 200 Münzen verdient. Sehr gut. Da geht schon was. Wir haben jetzt acht Schüler. Ich hoffe, dass die bald erwachsen werden. Meine Zufriedenheit sinkt gerade wieder. Das liegt aber auch daran, dass ich gerade absolut keinen Arzt habe. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Es bleibt spannend und schwierig. Bis denn. Tschüss. Tschüss.